Clever Connections lautet das Motto von KRONE auf der diesjährigen IAA-Nutzfahrzeuge. Die neuesten Entwicklungen im Bereich Fahrzeuge, Services und Achsen werden uns die KRONE-Experten persönlich präsentieren. Heute treffe ich Jens Rauer, Experte für Megaliner und Alfons Fähr, Experte für Achsen, zum Interview. KRONE hat auf der diesjährigen IAA mehrere Megaliner ausgestellt, unter anderem dieses Modell. Können Sie mir einmal die besonderen Eigenschaften dieses Megaliners erklären? Dieser Aufbau zeichnet sich durch eine hydraulische Heckverbreitung aus. Dadurch kann man überbreite Ware aufnehmen oder auch weiße Ware heckbüren nicht verlagen. Weiße Ware, was versteht man genau darunter? Unter weiße Ware werden Elektrogeräte, Waschmaschinen oder Kühlschränke verstanden, die eben eine weitere Durchladebreite im Heck benötigen und dafür die hydraulische Heckverbreitung. Können Sie mir einmal den Prozess der Verbreiterung am Modell zeigen? Das können wir gerne machen. Hier sehen Sie die seitlich verbaute Hydraulikpumpe mit einer Einhandbedienung, worüber Sie das Heck verbreitern können. Dafür müssen Sie das Fahrzeug komplett öffnen, an die Rampe ranfahren und die Hydraulikpumpe bedienen. Dann öffnet sich das Heck. Dann beladen Sie, schließen das Fahrzeug wieder komplett. Das Heck muss wieder vollständig geschlossen sein und Sie können die Ware transportieren. Das heißt, es ist ein effektiver Mehrwert für den Kunden? Der effektive Mehrwert für den Kunden sind 1000 mm mehr Durchladebreite. Aber wir haben noch einen weiteren interessanten Megalineraufbau, gerade für den Automotive-Bereich, den würde ich Ihnen gerne mal zeigen. Sehr gerne. Das ging schnell. Und genau das ist der Kundennutzen, die Schnelligkeit. Gerade im Automotiven-Bereich müssen die Spediteure immer kürzer werdende Ladezeiten erfüllen. Und das kann man genau mit diesem Produkt. Vielen herzlichen Dank für diese umfangreiche Erklärung. Ja, wir haben uns jetzt viel mit Aufbauten beschäftigt, um diese Zeit einen Blick unter das Fahrzeug zu werfen. Unter dem Fahrzeug befinden sich die Achsen. Herr Fehr, Sie sind Experte für Achsen bei KRONE. Können Sie mir vielleicht einmal das Portfolio erklären? Sehr gerne. Wir haben vor vier Jahren erfolgreich die KRONE-Achse in der 22,5 Zoll scheibengebremsten Variante eingeführt. Seitdem haben wir das Portfolio erweitert, um die 22,5 Zoll trommelgebremste Variante. Und sind stolz, heute präsentieren zu können, dass auch die 19,5 Zoll für unseren Mega-Liner verfügbar ist. Wir werden das im Laufe des Jahres langsam hochfahren in den Mengen. Und ab Anfang nächsten Jahres ist das voll verfügbar. Beide Modelle sind hier ausgestellt. Können Sie die Besonderheiten einmal erklären? Gerne. Die Besonderheit an unserer Achse, hier die bewährte 22,5 Zoll Bremse, ist der Haldex-Bremssattel und die Kompaktlagerung. Unsere Kompaktlagerung ist wartungsfrei, daher können wir eine Million Kilometer und sechs Jahre Garantie geben. Dieses Prinzip haben wir übertragen auf die Mega-Achse. Auch da geben wir die bewährte Garantie. Wir haben weiterhin einen Haldex-Bremssattel, sodass ein bewährtes System für alle unsere Trailer verfügbar ist. Herzlichen Dank für diese kompakte Erklärung. Dankeschön. Danke auch.